Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Das Xiaomi Mi 11 ist mein erstes Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 888 und da wollen wir natürlich schauen, wie der sich in den wichtigsten Benchmarks gegen den Exynos 2100 von Samsung und den Apple A14 Bionic schlägt. Dafür vergleichen wir das Mi 11 heute mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra und dem Apple iPhone 12 Pro. Am Ende messen wir dann wie immer noch, wie warm die drei Smartphones denn so geworden sind. Vorab das Übliche. Ich habe natürlich alle drei eben nochmal neu hochgefahren. Sie sind auch mehr oder weniger komplett vollgeladen. Wir haben keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das erstmal hier auf allen drei Smartphones und auch ganz wichtig, sofern es denn einen Hochleistungsmodus für das jeweilige Smartphone gibt, ist der aktiviert, ist für die Benchmarks ja durchaus relevant. Und dann der allerwichtigste Hinweis, wer Benchmarks unnötig findet, der soll dieses Video hier doch bitte einfach nicht anschauen, soll sich die Zeit sparen, das Ganze einfach ignorieren. Ich mache das für die Leute, die sich dafür interessieren, mich eingeschlossen. So, jetzt wo das geklärt ist, würde ich sagen, starten wir mit dem Geekbench 5 Benchmark. Ich habe ihn hier tatsächlich auf dem Mi 11 noch gar nicht durchlaufen lassen, auf dem S21 Ultra natürlich vor ein paar Wochen schon mal. Ihr wisst es ja, oder zumindest diejenigen, die dieses Format hier häufiger anschauen, für mich persönlich ist der Geekbench 5 Benchmark tatsächlich der beste, plattformunabhängigste Benchmark für Smartphones. Ich finde, hier kann man die Werte mit am besten miteinander vergleichen, weil die Versionen auch meistens mehr oder weniger up-to-date sind. Danach kommt dann der Antutu Benchmark. Ja, da hinkt iOS ja immer ein bisschen hinterher, aber die Tests sind immerhin mehr oder weniger die gleichen. Ja, das Wichtigste hier beim Geekbench 5, generell bei den Benchmarks, aber hier besonders, sind natürlich die Prozessoren, sind wir ja eben schon mal durchgegangen. Hier im Mi 11 ist das der Snapdragon 888 Octa-Core mit 8 GB RAM. Beim Galaxy S21 Ultra, zumindest hier bei uns in Europa, ist es der Exynos 2100, ebenfalls ein Octa-Core und in meinem Fall mit 12 GB RAM. Es gibt ja auch noch eine Version mit 16 GB RAM. Und hier beim iPhone ist es der Apple A14 Bionic, als einziges ein Hexacore mit 6 GB RAM. Klingt wie der sichere Verlierer, aber ihr wisst es ja, vor allem im Geekbench Benchmark definitiv nicht. Also da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass der Snapdragon da ans iPhone bzw. an den A14 Bionic rankommen kann. So, wir haben jetzt etwa 50% geschafft. Ich spule das Ganze jetzt mal für euch vor und dann sehen und hören wir uns wieder, sobald die finalen Werte da sind. Ich glaube, ihr habt es gesehen, das iPhone war als erstes fertig und ist natürlich vor allem im Single-Core-Score nach wie vor führend. 1.601 Punkte, das ist schon ein deutlicher Gewinn bzw. ein deutlicher Gewinn näher. Ja, hier 1.132 zu 1.107. Generell Exynos 2.100 und der Snapdragon 888 nehmen sich nicht viel. Das hat man ja auch schon teilweise in den Benchmark-Vergleichen zwischen S21 Ultra mit und ohne Snapdragon gesehen. Also hier der klare Sieger auf jeden Fall das iPhone. Das dürfte sich jetzt dann gleich im Antutu-Benchmark aber auf jeden Fall noch ändern. Der Antutu-Benchmark läuft jetzt auch schon auf allen drei Smartphones. Ihr habt es gesehen, unter Android ist es die Version 8.53. iOS hinkt da, wie gesagt, immer etwas hinterher, aber ihr seht es ja jetzt auch schon anhand der Tests, die beginnen. Die sind mehr oder weniger identisch und das ist das Wichtige. Also die Werte kann man doch gut miteinander vergleichen. Aber wie gesagt, da gefällt mir der Geekbench noch etwas besser. Das wird hier jetzt etwas dauern und ihr habt es hoffentlich gesehen, ich habe auch schon alle Smartphones tatsächlich vorab gemutet. Aber da ich jetzt gut 10 Minuten Zeit habe, also die 10 Minuten werde ich euch nicht volllabern, aber zumindest eine Zeit davon oder einen Bruchteil davon werde ich euch von meinen bisherigen Eindrücken von Mi 11 erzählen. Wohlgemerkt aber erst nach nicht mal einem Tag. Ihr habt es ja vorher gesehen, also ich habe teilweise die Apps erst installiert. Also recht viel kann ich euch noch nicht erzählen, aber doch schon ein bisschen was. Also erstmal finde ich hier wieder den Größenvergleich echt interessant, weil von vorne sieht man natürlich ganz klar, dass es im Prinzip fast so groß ist wie das S21 Ultra. Es ist aber nicht so schwer und es ist nicht so dick, das merkt man in der Hand auf jeden Fall. Obwohl Samsung das mittlerweile echt meiner Meinung nach besser als jeder andere hinbekommen hat mit diesen Edge Displays, liegt das Mi 11 echt gut in der Hand. Und ich habe es fast lieber in der Hand als das S21 Ultra, weil es halt einfach nochmal etwas leichter ist, weil es nicht ganz so ein Klopper ist. Also das hat Xiaomi auf jeden Fall gut hinbekommen. Generell die Haptik ist wirklich super, also mit dieser matten Glasrückseite, dem Aluminiumrahmen gefällt mir wirklich gut. Bin ich mal gespannt, wenn denn dann noch ein Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra und so weiter kommen, wie sie das noch toppen wollen. Also das haben sie echt gut hinbekommen. Der ein oder andere hat sich im Unboxing über das asymmetrische oder die asymmetrischen Displayränder beschwert. Ich finde jetzt an sich, ja gut, natürlich sind sie asymmetrisch, ist klar, mit diesen abgeründeten Ecken. Also das ist tatsächlich, was mich so ein bisschen mehr stört, weil ich finde, die Ecken haben sie hier echt nicht schön hinbekommen. Also das iPhone bekommt das meiner Meinung nach nach wie vor am besten hin, aber auch Samsung hat das beim S21 Ultra deutlich schöner hinbekommen. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das wird jetzt aber auch durch diese Displayschutzfolie, die nicht wirklich schön aufgetragen ist, noch so ein bisschen unterstützt. Aber ja, ich verstehe, was ihr da meint. Was man aber sagen muss, und das kann ich jetzt nach einem Tag schon sagen, das Display ist echt klasse. Also das ist echt ein Quantensprung im Vergleich zum Mi 11. Nicht nur, was die Auflösung angeht, auch generell, was die Qualität angeht, was diese 120 Hertz angeht. Ich muss das jetzt noch ein bisschen genauer mit dem S21 Ultra vergleichen. Aber wie gesagt, was so die Displays angeht, haben wir hier meiner Meinung nach aktuell mit die drei Besten auf dem Markt. Ihr könnt euch das ja auch mal anschauen, wobei ich hier jetzt schon sehe, das eine oder andere hinkt natürlich immer etwas hinterher. Aber da sieht man schon, dass sich die Displays, was so die Qualität angeht, also bis auf die fehlenden 120 Hertz hier, nicht viel nehmen. Also da hat Xiaomi echt aufgeholt. Das Display ist klasse. Ja, was mich nach wie vor, also stört ist das falsche Wort, aber mir fällt halt immer wieder ein, wenn ich so ein Xiaomi Smartphone einrichte und so weiter. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie sich damit jetzt so einen großen Gefallen tun, dass sie ihre Benutzeroberfläche nicht doch ein bisschen mehr an unsere, ich sage jetzt mal, europäischen Geschmäcker anpassen. Ich meine, Huawei hat das ja vorgemacht. Also das ist immer noch weit entfernt, die EMUI von Android. Aber sie haben es halt ein bisschen reduziert. Sie haben das Jahr für Jahr übersichtlicher gemacht. Ich weiß, viele sind große Fans von dieser MIUI und ich habe es mir jetzt wieder gedacht im Vergleich zu der One UI, die immer übersichtlicher wird, zu Stock Android sowieso und so weiter. Also ist mir das viel zu verschachtelt, viel zu viele Optionen. Generell alleine beim Einrichten, also was man da teilweise alles beachten muss, ich bin da kein großer Fan von. Aber mal schauen, also war jetzt, wie gesagt, mein erstes Xiaomi mit Android 11 out of the box und MIUI 12. Ja, ist wie gesagt am Ende Geschmackssache, aber ich finde nicht, dass sie sich damit unbedingt so einen großen Gefallen tun. Was dafür richtig gut ist, sind die Lautsprecher. Da haben sie nicht zu viel versprochen. Muss ich auch noch genauer mit dem S21 Ultra vergleichen, aber der erste Eindruck war da schon richtig gut. Zur Kamera und zur Akkulaufzeit kann und will ich jetzt noch nicht wirklich viel sagen. Ich habe vor allem diese Tele-Makro-Linse gestern mal ein bisschen ausprobiert. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt die richtige Entscheidung war. Ja, das ist so eine Art Alleinstellungsmerkmal, aber ich glaube eine Telesum-Linse wäre mir da lieber gewesen. Aber wie gesagt, ein bisschen was müssen sie sich ja dann noch für ein Mi 11 Pro zum Beispiel oder Mi 11 Ultra aufheben. Und jetzt, wenn wir hier den Weißwert miteinander vergleichen, dann seht ihr mal, wie hell dieses Display tatsächlich wird vom Mi 11. Also das haben sie wirklich gut hinbekommen. Ja, recht viel mehr kann ich euch noch nicht erzählen. Wir sind hier ja jetzt schon bei 62 bzw. sogar 74%. Ich spule jetzt nochmal kurz für euch vor und dann hören wir uns wieder, sobald alle drei Smartphones fertig sind. So, ich habe schon nicht gedacht, dass hier tatsächlich nochmal ein Wert kommt beim Galaxy S21 Ultra. Aber ihr habt zwar gesehen, das hing am Ende so ein bisschen. Aber ist dann doch mehr oder weniger der Wert, den ich in den letzten Durchgängen schon bekommen habe. Also teilweise waren sie auch schon 680.000, aber die 700.000 hat es jetzt noch nie gerissen. Das Mi 11 tatsächlich jetzt schon, aber ihr seht schon, die Unterschiede halten sich in Grenzen. Aber hier dann tatsächlich das iPhone auf dem letzten Platz. Und vor allem der Snapdragon performt hier natürlich richtig, richtig gut. Was ich auch interessant finde, dieser Vergleich hier, also ihr seht, das sollte man jetzt nicht überbewerten, aber finde ich dann doch immer ganz interessant. 10 Grad wärmer geworden, 10,1 Grad wärmer geworden, 4% Akku runter, 5% Akku runter. Nimmt sich nicht wirklich viel. Gleiche Prozessor-Kerne und so weiter. Ja, aber dazu mehr dann im Review zum Mi 11. Das war der Antutu-Benchmark. Zu guter Letzt schauen wir nun im 3DMark Wild Life Stress Test. Was für ein Name, wie warm die Geräte nach ziemlich genau 20 Minuten Volllast werden. Das hat die letzten Male ja auch plattformunabhängig super funktioniert. Also es lief wirklich mehr oder weniger genau 20 Minuten auf allen Smartphones. Ich hoffe, das ist heute auch wieder der Fall, weil das ist natürlich so auch am fährsten besser als der GFX-Bench-Benchmark, den ich früher immer hatte. Schaut euch am besten die Helligkeit gut an. Also ich klicke jetzt erstmal überall auf Go, dass die starten können. Schaut euch an, wie die Helligkeitsentwicklung ist. Also wer als erstes die Displays runterdimmt, ob das jetzt Samsung ist, ob das Huawei ist, ob das Apple ist, die das definitiv auch machen. Und dann auch hier die Werte am Ende nochmal ganz interessant. Aber wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht 20 Minuten meinen Gelaber hier ertragen. Ich spule das für euch vor und wir sehen und hören uns dann wieder, sobald das erste Smartphone fertig ist. Und dann schauen wir mal, wie warm sie so geworden sind. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Nach ziemlich genau 14 Minuten, ihr habt es hoffentlich gesehen, hier diese Meldung. Dein Gerät ist überhitzt, mobile Daten, WLAN-Hotspots, GPS und Kamera sind eingeschränkt. Ein Fehler ist aufgetreten während des Testlaufes. Ich denke mal, da hat das System halt dann einfach den Benchmark beendet. Und das Smartphone ist schon tatsächlich gut warm. Also vor allem hier im Bereich, da dürfte der Prozessor sein und dann auch, was den Rahmen angeht. Wir messen jetzt aber mal nach, ob sich das dann auch... Oh ja, okay. Ihr habt hoffentlich eben... Oh, 47. Also ihr habt das hoffentlich gesehen. Das wundert mich jetzt nicht, dass es da tatsächlich dann diese Probleme gab. Wir schauen mal nochmal, ob das nochmal mehr wird. Also jetzt sehen wir hier wieder die 40. Also ihr habt es ja eben gesehen. 46, 47 Grad. Ich glaube, das hatten wir hier tatsächlich noch nie. Das muss ich dann auf jeden Fall die nächsten Tage im Alltag mal genauer beobachten. Also ich habe das schon gelesen, dass der Snapdragon 888 da teilweise Überhitzungsprobleme hat und gut und gerne sehr, sehr warm wird. Das wurde ja auch teilweise beim S21 Ultra geschrieben. Aber dass es jetzt dann tatsächlich doch 47 Grad werden und dass der Benchmark hier abbricht, das finde ich jetzt... Ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber auf jeden Fall interessant. Werde ich dann auf jeden Fall die nächsten Tage genauer beobachten, werdet ihr im Review dann mehr zu erfahren. So, jetzt lassen wir der Vollständigkeit halber die beiden hier aber auch noch durchlaufen. Vielleicht ist das ja heute auch einfach ein schlechter Tag und die brechen auch noch ab. Ich glaube es aber nicht. So, und auch die anderen beiden sind jetzt fertig nach ziemlich genau 20 Minuten. Also dieser Benchmark hier funktioniert echt wie ein Schweizer Ohrenwerk. Sehr, 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 sehr zuverlässig. Also sofern das Smartphone hier natürlich nicht abbricht. Jetzt bin ich mal gespannt, weil auch das S21 Ultra ist da ja beim letzten Mal ziemlich warm geworden. 42, ihr habt es gesehen, ob wir hier schon mal etwas mehr hatten. Jetzt schauen wir noch der Vollständigkeit halber beim iPhone nach. 38, 39, ja. Ich verspreche, bis zum nächsten Mal werde ich die Batterie austauschen bzw. eine neue besorgen. Aber das sind ja die bekannten Werte. Also das hatten wir auch letztes Mal beim S21 Ultra so um die 42, 41, 42 Grad. Das iPhone etwas kühler. Aber das Mi 11 natürlich dann doch schon deutlich wärmer. Und was ihr hier jetzt auch nochmal seht, und das könnte meiner Meinung nach auch einer der Gründe sein, wieso das S21 Ultra halt etwas wärmer geworden ist als das iPhone, weil es die Displayhelligkeit nicht ganz so weit runter geregelt hat. Und generell hier, wenn ihr euch das anschaut, bester Durchlaufscore. Da ist das iPhone natürlich vorne, also was hier generell die Werte angeht. Aber die Stabilität ist bei beiden ganz, ganz ähnlich. Auch wenn wir uns hier die Verlaufskurve ansehen. Das wäre jetzt natürlich auch beim Mi 11 nochmal ganz interessant gewesen. Aber ja, das ist immer noch gut warm. Also ich schaue hier jetzt mal nochmal, weil mich das auch interessieren würde. Also ihr seht das ja hier. Wir haben hier immer noch 38 Grad bei Mi 11 und das lag hier jetzt schon 7, 8 Minuten zum Auskühlen. Ja, ich habe das natürlich im Vorfeld auch gelesen bei der China-Version, dass da einige meinten, bei aufwändigen Dingen überhitzt das Mi 11 ganz, ganz gerne. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es dann tatsächlich abbricht bei den Benchmarks. Also das scheint wohl generell so ein Ding zu sein. Ich meine, Snapdragon 888 und auch der Exynos 2100 sind sich ja sehr, 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 sehr ähnlich. Ich habe ja auch schon beim S21 Ultra gesagt, dass das im Alltag, nicht im Alltag, aber halt, wenn man ein bisschen was Aufwendigeres macht, wenn man viel zockt und so weiter, wärmer wird. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das hier vielleicht noch extremer werden könnte. Wie gesagt, das sind jetzt nur Benchmarks. Das ist ein ganz guter Anhaltswert. Das hat jetzt nicht viel mit dem Alltag zu tun. Also keiner wird im Alltag 20 Minuten Benchmarks durchlaufen lassen. Aber ich werde das natürlich dann in den nächsten Tagen auch mal beim Thema Gaming, beim Thema Videos anschauen und so weiter. Also was man halt Aufwendiges machen kann mit so einem Smartphone. Vielleicht auch mal ein Video exportieren, 4K-Video aufnehmen und so weiter. Da mal testen, also ob das da auch auffällt, werde ich euch dann natürlich im Review wissen lassen. Ansonsten, was die reinen Werte angeht des Snapdragon 888, die sind hervorragend, habt ihr ja gesehen. Vor allem im Antutu Benchmark, also an Power mangelt es diesen Prozessor auf jeden Fall nicht. Aber jetzt mal diese Wärmeentwicklung und dann vor allem auch den Energieverbrauch genauer im Auge behalten. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich meine, das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr, dass ein Smartphone wirklich so überhitzt ist, dass wir den Benchmark abbrechen mussten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.